Die Ruhe Kopf hoch, Flora. Wir beide können das wieder in Ordnung bringen. Ich bin sicher, wenn wir meine Wasserenergie mit deinen Naturkräften verbinden, erstrahlt dieser Wald schon bald wieder in schönstem Grün. Na dann, worauf warten wir noch? Seid ihr bereit für eine Konvergenz? Es kann losgehen. Konvergenz, Natur und Wasser, erweckt den Wald wieder zum Leben! Das ist ja unglaublich! Starke Leistung, Mädels! Der Wald ist wieder gesund! Es ist wirklich unglaublich! Der Wald sieht fast noch schöner aus als vorher! Ich frage mich, was die Tiere zu ihrem neuen Zuhause sagen werden. Das werden wir gleich sehen! Ich frage mich, was die Tiere zu ihrem neuen Zuhause sagen werden.